Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist der Fall für die Klinik? Ich habe jemanden gefunden, der dich malen kann. Ich kann sie nicht malen. Ich muss sie erst kennenlernen. Wenn das Bild am Ende der Nacht nicht fertig ist, werde ich dich töten. Stellen Sie sich vor, wir wären uns schon mal begegnet. Daran könnte ich mich erinnern. Wieso habe ich dieses Kleid an? Was hast du mit mir gemacht? Frag doch deinen alten Bekannten, mit dem du gestern abgerauscht bist. Vielleicht weiß der ja, wo deine Hose ist. Etwas hat mich gebissen. Jetzt will ich, dass du wieder so bist, wie du warst, bevor ich wollte, dass du wirst, wie ich wollte, dass du bist. Ein Steak mit Knoblauchssuße, Bratkartoffeln und ein Bier. Keine Knoblauchssuße? Ja, natürlich. Verdammt! Das ist nicht normal. Da ist der Biss abhanden gekommen.